Willkommen zu einer neuen Runde, wir gewinnen ganz Gomme, mit dabei wie immer mit Ulrike Bethmann. Nein. Heute ist noch PalmLP aka Max dabei. Hallöchen. Und das war es dann halt eigentlich auch schon wieder mit allem Kommentar. Eigentlich müsste ich mal noch einen zweiten Account haben für STVI. Ja. Wir wollten früher mal CW suchten, aber wir hatten nie kompetente Mates. Und dazu gibt es auf Gomme kein zweier CW. Digga, wir haben auf Revy mal einen Clan gemacht, wir wollten zweier CW suchten. Ich wurde auf Revy gefailbannt. Wurde legit gebannt. Aber es hat mich noch mehr auf Gomme, ich wurde mal auf Gomme legit gebannt. Und dann habe ich tatsächlich wirklich aufgehört. Das war wirklich damals so mit der Auslöser, dass ich gequitted bin. Also dass ich aufgehört habe zu streamen, weil es mich einfach getiltet hat, dass ich nicht mehr streamen konnte. Weil Gomme zu informatent ist. Das nur für 45 CPS? Cheatflex, komm. Reden wir bitte ein bisschen mal so. Nein. Stell dir vor, jemand hat Autoklicker, dann kommt 10.000 Mal in der Sekunde dieses CPS-Flag. Und bei ihm kann es ein einziges Mal. Habt ihr schon von Alan Walker Alone Part 2 gehört? Ja. Finde ich auch im Ansatz nicht so gut wie, nicht mal in Ansatzweise so gut wie Part 1. Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe es mal gehört. Ich habe ausgerechnet, wie lange ich durchschnittlich am Tag Musik höre. Lange? Ach, ich weiß es nicht. 60.000 Minuten? Genau, ich höre 60.000 Minuten am Tag Musik. Ähm, 96.400 irgendwas. Außer ich bin gerade mal wieder am Suchten und schaue. No joke, weil ich habe, ähm, also ich schaue manchmal, ähm, mit einem RealLifeMate, ich schaue manchmal Watchtogether. Und das nehme ich dann manchmal, wenn er es nicht checkt, nebenher auf. Und manchmal sage ich ihm das dann irgendwann, naja, ich habe das und das damals aufgenommen, soll ich das mal hochladen? Und dann machen wir eine Reaction auf die Reaction und in meinem Fall merkt er nicht, dass ich die aufgenommen habe. Oh Gott. Ich muss jetzt irgendwann zu der Reaction von der Reaction von der Reaction von der Reaction. In einem Jahr habe ich das bestimmte bekommen noch, bin musiksüchtig. Hi. Ja, ich bin inzwischen leider auch auf, außerhalb beim Lernen, das ist manchmal nicht schwierig. Selbst da, vielleicht ist es der Grund, freue mich nicht von der Viertelärmchen. Na ja, warte, 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 du hast ja einen Wecker gestellt zum Schwein, aber keinen Wecker zum Lernen. Aber das, was auch so geil war, war, ähm, die Runde, die wir irgendwann mal onstream mit Deti gespielt haben, wo wir bei den einen die Base komplett mit Minen zugemacht haben, dass die nicht rausgehen konnten, ohne von einer Mine gekillt zu werden. Oh, das war P3, ja. Das war eine gute Runde. Du hast gesagt, eine Runde und wenn die Runde zwei Minuten dauert, dann zwei Minuten, dann wenn die Runde 15 Minuten dauert. Ja, 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Das sieht bei mir nicht. Viertelärmchen ist grün. Wow. Nicht mal zwei Layer. Glückwunsch. Es gibt nicht so viele Videos, bei denen Tim gelacht hat, aber das sind, äh, aber Gamescom-Vlog, Cookie-Runde und, ähm... Ja, in meinem Gamescom-Vlog hat er auch nicht gelacht, oder hätte er nicht gelacht. Er hat sich nämlich mal aufgeregt. Also du kannst auch, ich hatte eine 9-Jährige, um Interpretieren, aber... Ey, das werde ich noch machen. Stimmt, danke, dass du mich dran erinnerst. Ich hätte fast vergessen, ihn zu downloaden. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Max, ich habe immer wieder einen neuen Grund, um dich zu hassen. Du bist echt gut. Ich weiß. Gut, an der Stelle kann ich schreiben, GG. Leute, weißt du... Ja, ich will... Ich will jetzt raus. Ich wollte noch eine Abmoderation machen. Äh, Leute, ich kaufe nix Merch. Äh, welcher Merch? Hast du keinen Merch, Nick? Max, ich habe 70 Abonnenten. Nein, wer will von Nick Merch haben? HALT DIE FRESSE! Okay, dann hauen sie rein, lasst ein Like da, und... Ciao! Tim? Wird's heute noch was, oder eher morgen? Ja, ich musste zielen, außerdem stand ich schon dreimal hier oben. Und du bist gerade wieder runtergegangen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne, wie Max schon gesagt hat, Like, Kommi, Abo, etc. Tim, willst du noch... Nein, ich möchte nichts mehr sagen. Viel Spaß. Tim, ich schneid das gleich... Ich schneid das jetzt rein, dass du ein Nachjährigen hattest, ne? Was? Ich schneid das gleich mit dem Neugierigen ein, wenn du's nicht lässt. Ich weiß nicht, wo es reinschneidet, aber irgendwo werde ich's reinschneiden. Also, dann, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Kommi, Abo, etc. Bis dahin. Ciao!